Willkommen zurück. Wir sind wieder mit Madenauge unterwegs und jetzt ist auch unser Questgeber wieder am Leben. Wo ist der Gute denn? Da. Junge Apotheker Holland. Der schreit gerade irgendwas. Die unterhalten sich hier. Wie lange kann es schon dauern, eine Handvoll Unkraut zu pflücken? Na, wen brüllst du da an? Da ist doch gar keiner, hm? Und Geist von Devlin Ackermann schreit, sterbt ihr Narren! Okay. Hier ist ja was los. So, das haben wir schon vorgelesen. Gordos Aufgabe hatten wir. Wir sollten dreimal Düsterkraut sammeln. Die Aufgabe hatten wir von dem Flickwerkmonster da hinten. Wo ist es denn? Bekommen. Was ist denn das? Düsterkraut? Ich brauche keinen Düsterkraut. Diese hirnlose Fleischmasse pflückt da draußen Gänseblümchen und bringt Gott weiß wie viel Tölpel wie euch dazu. Das gleiche zu tun. Das sollte keine Beleidigung sein. Wir kümmern uns später um das Düsterkraut. Im Moment haben wir andere Dinge zu besprechen. Am Ende gehören sie alle mir. Hihihi. Ganz viele Spieler sammeln Düsterkraut. Fürstin Sylvanas hat sich an das königliche Apothekarium gewandt. Sie hat uns aufgefordert, eine neue Seuche zu erfinden. Eine Seuche, die tödlicher ist als jede Krankheit in Azeroth. Diese neue Krankheit wird den Untergang unserer Feinde gleich, ob lebendig oder tot, herbeiführen. Meine Studien haben ergeben, dass Tierblut der Schlüssel sein könnte. Hier, füllt diese Fiole mit Schattenhundblut, damit ich meine These testen kann. So, Herzschlag der Schattenhunde. Alles klar. Die Untoten sind immer noch dabei, ihre Seuche zu entwickeln. Und Sylvanas hat sogar Interesse daran. Todeswache Morris möchte Nachschub für Brill. Exekutor zögernd bat mich, eine Inventur unserer Rüstung hier in Brill durchzuführen. Da die Geißel und Schlimmeres in den Wäldern lauert, möchte er nicht, dass es den Todeswachen Ausrüstung fehlt, die sie brauchen. Ich habe festgestellt, dass wir im Großen und Ganzen gut bestückt sind. Aber wir brauchen mehr Waffen als Ersatz für die, die wir auf dem Feld verloren haben. Hier, eine Aufforderungsliste der benötigten Dinge für den... Anforderungsliste für den Waffenhändler Gordon Wendhelm in Unterstedt statt. Oh, habt ihr das gerade gehört? Hört ihr das, äh, den Glockenschlag gerade? Es ist 21 Uhr. Ist das nicht cool? Ja, die, ähm, Turmuhren in WoW läuten tatsächlich zur vollen Stunde. Und zwar genau so oft, wie viel Uhr es gerade ist. So, äh, bla bla bla. Wir brauchen mehr Waffen. Anforderungsliste. Bringt die Anforderungsliste zur Fledermausführerin Annette und sprecht mit ihr über den Transport nach Unterstadt. Okay. Nicht so eine spannende Aufgabe, findet Madenauge. Was hat denn der Exekutor für uns? Was verlangt ihr vom Turm? Informationen, die wir von Exekutor Arren in Todes enthalten haben, enthalten alle nötigen Details, um die menschliche Plage aus diesen Landen zu tilgen. Laut dieser Information hat der Scharlach-Rote-Kreuzzug Hauptmann Perrin und eine Brigade zum verfallenen Turm südwestlich vom Brill versetzt. Tötet drei seiner Zeloten und drei seiner Missionare. Und wenn ihr schon da seid, seht zu, ob ihr noch mehr Informationen über ihre Vorhaben herausfinden könnt. Oh ja. Die Lebenden töten und vor allen Dingen Menschen töten und vor allen Dingen Scharlach-Rote töten, findet Madenauge super. So. Äh, hier habe ich jetzt noch eine Quest übersehen, die wir abgeben können. Wo ist die denn? Da oben. Ach du Schande. Wo können wir denn da hoch? Da. Genau. Und ich wollte euch heute in dieser Folge, wir wollen ja ein bisschen produktiv sein, und ich wollte euch heute gleich mal ein bisschen die Berufe zeigen. Ich denke mal, hier finden wir Berufslehrer. Ja, ich bin der Magistrat hier in Brill und direkt der dunklen Fürstin unterstellt. Wenn ihr es schafft, mich zu beeindrucken, begegnet ihr der Banshee-Königin vielleicht eines Tages sogar selbst. Und jetzt zur ersten Aufgabe. Boah, die haben sich ja alle aufgeplustert. Ich brauche einen aktuellen Bericht von unserem Außenposten der Todeswache im Osten. Ich muss wissen, ob mehr Streitkräfte der Geißel am Bollwerk vorbei nach Tirisfal hereingeschlichen sind. Die können schleichen. Unsere Wachsamkeit an der Grenze zu den Pestländern muss aufrechterhalten werden. Wir können die Geißel hier nicht stärker Fuß fassen lassen. Fassen lassen. Gassen. Trassen. Reist südwärts die Straße entlang und biegt an der Gabelung nach Osten zum Außenposten ab. Sprecht mit Todeswache Linnea. Sie hat die Information, die ich benötige. Fürchtet die Lebenden. Verlassenen Pflichten. Ei, 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 ei. Ja, viel zu tun, ne? Also, die sind gut beschäftigt hier, die Verlassenen, ne? Und, ähm, ja. Hier hätten wir dann auch schon den Lehrer für einen Beruf. Früher war es halt so, dass man ausschließlich auch in den Startgebieten die einzelnen Berufslehrer aufsuchen musste. Später ist das dann auch so. In den Hauptstädten und so weiter gibt es dann für jeden Beruf einen bestimmten Lehrer. Der dann meistens auch direkt neben einem Händler steht, der wiederum Sachen verkauft, die für den Beruf wichtig sind. Und im Prinzip ist es so, wir haben die Auswahl. Ich zeige euch mal kurz den Berufsbildschirm. Den findet ihr hier unten, wenn ihr auf das Zauberbuch und Fähigkeiten drückt. Bisschen versteckt vielleicht. Und zwar, ähm, haben wir einmal den ersten Beruf, den zweiten Beruf. Das sind unsere beiden Primärberufe. Das heißt, wir können zwei Primärberufe machen. Ich zeige euch gleich, welche das sind. Und dann haben wir die Sekundärberufe. Das ist einmal Archäologie, Angeln, Kochkunst und Erste Hilfe. Und diese Berufe können wir alle lernen. Die können wir alle nebenbei machen. Vom ersten und zweiten Beruf müssen wir uns einen, da müssen wir uns einen, zwei aussuchen, die wir machen. So, ähm, hallo. Nicht zu euren zwei Berufen. Ihr könnt so viele dieser Art lernen, wie ihr wünscht. Okay, er hat es auch nochmal erklärt. Aber jetzt könnt ihr ja schon mal direkt feststellen, dass die liebe Matta keinen Mist erzählt hat. So, ähm. Es ist jetzt so, ähm, für die Produktionsberufe brauchen wir Materialien. Also, die Produktionsberufe sind Berufe, die etwas herstellen. Das wären zum Beispiel Alchemie, Schmiedekunst. Ich kann es ja einfach mal durchgehen. Alchemie, das ist, äh, die Herstellung von Tränken. Hauptsächlich Tränke und sogenannte Trinkets. Das sind, ja, wenn man so will, Schmuckstücke, die irgendwelche Zusatzeffekte haben. Ähm, das kommt hier in den Schmuckstück-Slot. Genau. Ähm, dann haben wir die Schmiedekunst. Die stellt vor allem Waffen und Platten und schwere Rüstung her. Beziehungsweise eigentlich nur Plattenrüstung. Dann haben wir die Verzauberkunst. Die stellt, ähm, unter anderem halt Verzauberungen her. Ja, das heißt, wir können, ähm, Schriftrollen nehmen und da Waffen oder Rüstungsverzauberungen drauf zaubern und die dann beliebig mit uns rumtragen, verkaufen und dann eben diese Schriftrollen auf irgendeinen, auf irgendeinen, äh, Rüstungsteil anwenden. Das geht nicht bei jedem Rüstungsteil. Inzwischen wurde das stark limitiert, was überhaupt verzaubert werden kann, was ich sehr schade finde. Ähm, eine Waffenverzauberung zum Beispiel wäre sehr stark und sehr wichtig. Ähm, das wird aber vor allem erst wichtig dann im Endgame. Also, die ganzen Berufe, die ihr hier seht, sind eigentlich dazu da, dass ihr das jetzt beim Leveln machen könnt. Ähm, ihr könnt das aber auch später machen. Weil die guten Blizzard-Entwickler, äh, die guten WW-Entwickler Blizzard, die sagen sich halt, hey, wenn Leute neu anfangen, haben die das Problem, dass die halt ihre Berufe hochkriegen müssen und, oder wollen. Und das hat halt teilweise, kann das ganz schön anstrengend sein, weil man eben diese Materialien braucht, die man dann bei den Sammelberufen bekommt. Dafür allerdings muss man eben in die Gebiete und die Materialien sammeln gehen. Und inzwischen ist es so, dass man so schnell levelt im Spiel, dass man da gar nicht mehr hinterherkommt. Da hat sich Blizzard halt gedacht, hey, die Berufe hochkriegen ist irgendwie ganz schön anstrengend. Und gerade für neue Spieler oder auch für Spieler, die das zum hundertsten Mal machen, haben sie dann die Möglichkeit gegeben, dann im aktuellen Add-on hinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte, äh, hab diesen Beruf gelernt und möchte den jetzt auf Maximum skillen. Und da gibt es dann eben die Möglichkeit, Rezepte zu lernen, die ein bisschen, ja, wo das ein bisschen schneller geht. Ich zeige euch das gleich, wenn wir einen Beruf lernen. Also das heißt, man muss das nicht jetzt machen, nicht beim Leveln. Ich werde das jetzt aber im Rahmen dieses Einsteiger-LPs einfach mal mitleveln, werde die Berufe einfach mal erlernen, weil das eben der klassische Weg immer war. Und ich möchte es euch einfach dadurch mal zeigen, wie das mit den Berufen funktioniert. Und ich fand eigentlich das Crafting im WoW immer sehr, sehr cool und finde es halt schade, wenn ich das euch jetzt vorenthalte in diesem LP, nur weil es später vielleicht schneller geht. Und so, dann haben wir noch die Ingenieurskunst. Das ist ganz cool. Ich mag diesen Beruf sehr, weil er eben vor allem irgendwelche lustigen Gimmicks herstellt, wie ein Raketengürtel, dass man plötzlich so einen Geschwindigkeitsboost bekommt. Man kann so Gleitflugdinger herstellen, dass man vor einer Klippe springen und, ne, so im Gleitflug ein ganzes Stück weit fliegen kann. Das ist sehr cool. Man kann Bomben herstellen, ähm, was gibt's denn noch? So ein Tarngerät, das sind so die aktuellen Sachen, dass man sich halt unsichtbar machen kann, wenn man sich nicht bewegt. Und ich glaube auch, so einen Schildgenerator kann man auch bauen, der dann ein bisschen Schaden abhält. Das sind halt alles Sachen, die kann man benutzen, die kann man dann im Kampf oder sonst wie benutzen. Und das ist ganz schön eigentlich. Ich mag Ingenieurskunst sehr. Eine Brille zum Beispiel gibt es auch. Die war dann in Mist of Pandaria in dem Add-on sehr cool. Da konnte man dann eben mehr Geister-Eisenerz-Vorkommen finden, als wenn man die Brille nicht aufhatte. Und sowas. Halt irgendwelche coolen Gimmicks halt. Das ist der Ingenieur. So, Inschriftenkunde ist auch ganz schön, aber leider war es halt immer ein bisschen blöd, weil, naja, die Glyphen, die der Inschriftler herstellt, waren halt so Wegwerfware, die man halt eigentlich mit jedem Charakter wieder neu kaufen musste, aber auch nur einmalig. Und, naja, das war halt ein bisschen blöd. Das mit den Glyphen zeige ich euch noch, wenn wir unsere erste Glyphen freigeschaltet, unseren ersten Glyphenplatz freigeschaltet kriegen. Jedenfalls merkt euch einfach, der Inschriftenkundler stellt Glyphen her und der braucht, so wie der Alchemist, für seine Sachen Kräuter. Während der Schmiedekunstler, wie ihr euch ja denken könnt, Erz braucht und der Verzauberkunstler muss, um seine Materialien zu bekommen, verzauberte Gegenstände entzaubern, also irgendwelche grünen, blauen oder epischen Gegenstände entzaubern. Ja, dann haben wir noch den Juwelier, der kann Gämmen, wie es so schön heißt, also Edelsteine schleifen, die man dann in bestimmte Slots, in Ausrüstungsgegenstände stecken kann, die dann Bonus, ähm, wie heißt das denn? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Halt Boni geben, also zum Beispiel Ausdauer, mehr Ausdauer oder mehr Intelligenz, ähm, wie heißen die Dinger denn? Attribute, danke, Bonusattribute. Ähm, der ist auch ganz schön, der kann auch Schmuckstücke herstellen, wie Halsketten und so weiter. Dann haben wir den Lederer, der stellt Leder- und Kettenrüstung her. Und dann haben wir den Schneider, der stellt vor allem Stoffrüstung her. Ja, und dann haben wir die Sammelberufe, ne, dann haben wir einmal Kirschnern, da kann man eben Leder von Tieren sammeln, wir haben Bergbau, wir haben Kräuterkunde, ne, und diese drei Sammelberufe versorgen einen dann sozusagen mit den Materialien, die man für die Produktionsberufe braucht. Und im klassischen Sinne würde man sich einen Produktionsberuf und einen Sammelberuf aussuchen, damit man eben den Produktionsberuf sozusagen überhaupt ausüben kann. Weil man ja als neuer Spieler vor allem nicht ins Auktionshaus geht und sich erstmal alle Materialien mal eben kauft, das funktioniert so nicht. Aber es, wenn man ein bisschen länger spielt, macht man es häufig so, dass man dann zwei Primär-, also zwei Produktionsberufe macht und dann vielleicht mit einem anderen Charakter die Sammelberufe oder auch gar keine, weil man genug Gold hat. Und die Sachen einfach kauft. So. Ich war davon allerdings nie so ein Riesenfan, weil ich hatte nie so viel Gold, dass ich mir das wirklich leisten konnte. Allerdings ist mein Primärcharakter, mein Main-Charakter, der hat tatsächlich zwei Produktionsberufe, Juwelierskunst und Schneiderei. So, wir werden uns jetzt mal für einen Beruf entscheiden, den der gute Madenauge ausüben wird. Und zwar möchte ich machen, ähm, ich schwanke noch zwischen Alchemie und Kräuterkunde oder Verzauberkunst. Und, was haben wir denn noch? Ja, also Inschriftenkunde möchte ich nicht machen, den Beruf mag ich nämlich persönlich nicht so gern. Ich überlege gerade, was schön wäre fürs LP. Da wäre auf jeden Fall Verzauberkunst ganz schön. Aber da sind wir dann natürlich auch immer arm, weil wir die Gegenstände selbst entzaubern müssen. Ja, also ich würde sagen, Alchemie ist zwar auch ganz schön, weil wir dann auch Kräuter sammeln können, aber Verzauberkunst, hm. So, ich habe mich jetzt entschieden. Und zwar wähle ich das doch eher unübliche Modell. Ich nehme Kräuterkunde, das habe ich ja schon gelernt, und Verzauberkunst. So. Hier seht ihr übrigens die Rezepte gleich. Ich erkläre euch noch kurz, bevor es losgeht, warum ich das wähle. Und zwar ist es ja so, wenn wir Verzauberkunst machen, müssen wir so viele wertvolle Gegenstände, die wir finden können, entzaubern. Damit wir an die Gegenstände kommen, äh, an die Materialien kommen, mit denen wir dann wiederum Verzauberungen herstellen können, um in Skill zu steigen. Ähm, das wiederum wird uns jede Menge Goldverlust bringen, weil, äh, naja, die Gegenstände halt sonst einfach beim Händler verkaufen oder eben im Auktionshaus verkaufen. Ist im Prinzip egal. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, es wird uns einen Goldverlust einbringen, so. Äh, deswegen habe ich Kräuterkunde gewählt, weil Kräuterkunde brauchen die Inschriftler. Die brauchen auch die alten Materialien, die alten Kräuter, die man so findet. Äh, und die kann man sehr schön im Auktionshaus verkaufen, habe ich festgestellt. Muss, habe ich eben einfach mal nachgeschaut, wenn ihr auf WoW-Head geht. Das ist die, so die beste WoW-Datenbank, die es so gibt. Und dort habe ich mir einfach mal ein paar Pflanzen angesehen und geschaut, wie, wie viel die so im Auktionshaus wert sind. Und ich bin mir sicher, dass wir unsere Unkosten damit decken können, dass wir dann einfach schön die Kräuter im Auktionshaus verkaufen. Ich hoffe, dass das so aufgeht, mein Plan. So, wir haben jetzt die beiden Primärberufe gelernt. Wir sind jetzt Kräuterkunder und Verzauberkünstler. Verzauberkunst ist halt eigentlich ein unabhängiger Beruf von irgendwelchen Sammelberufen. Deswegen kann man den Zweitberuf halt frei wählen, das haben wir gemacht. So, jetzt haben wir hier unsere Fähigkeiten. Verzauberkunst und Entzaubern. Wir ziehen die mal direkt in die Leiste. Kräutersammeln ist im Prinzip, brauchen wir nicht in der Leiste. Ähm, das können wir hier oben, das ist sehr wichtig, dass wir zum Kräutersammeln, hier oben an der Minimap die Kräutersuche anschalten. Nur wenn wir die angeschaltet haben, können wir auf der Minimap in Form von kleinen gelben Punkten sehen, wo die Kräuter überhaupt sind auf der Karte. Das heißt, ohne dieses Kräutersuche anzuschalten, können wir sehr, sehr lange suchen, weil kein Mensch kann diese Kräuter sehen von selbst, ohne auf die Minimap zu schauen, behaupte ich jetzt einfach mal. So, alles klar, das haben wir schon mal angeschaltet. Jetzt dürften wir keine Kräuter mehr übersehen. Erster Beruf schon mal nebenbei erledigt. Zweiter Beruf ist jetzt die Verzauberkunst. Wir öffnen einfach mal das Verzauberkunstfenster und hier sehen wir, was wir bereits können. Hier oben ist unsere Erfahrungsleiste für den Beruf, die müssen wir natürlich füllen. Wir kriegen pro Sache, die wir herstellen oder entzaubern im Moment noch einen Punkt. Das Entzaubern wird später, glaube ich, keine Erfahrung mehr geben. Skillpunkte heißt es, ja. So, wir können jetzt Schwaches ausweichen und schwache Gesundheit auf Armschienen zaubern. Dafür brauchen wir eine geringe Magieessenz und einmal seltsamer Staub. So, ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal ab, bis wir unseren ersten grünen Gegenstand haben und dann erkläre ich euch, wie es läuft. Weil das so zu zeigen ist ein bisschen blöd. Was ihr allerdings seht, ist, benötigt runenverzierte Kupferrute. Das war damals immer sehr lustig, weil man die nämlich sich von einem Schmied herstellen lassen musste. Inzwischen können wir uns die hier einfach beim Händler kaufen. Beziehungsweise, das ist die Kupferrute, die musste halt der Schmiede einem herstellen. Die kaufen wir jetzt einfach und soweit ich das weiß, können wir die jetzt runenverzieren. Das können wir allerdings auch erst machen, wenn wir die Materialien dafür haben. Aber wir haben sie schon mal und die müssen wir auch aufheben, weil sonst können wir nämlich nichts verzaubern. Und das ist bei jedem anderen Beruf auch so. Irgendwas braucht man immer, ne? Ob das ein Schmiedehammer ist, ob das, keine Ahnung, was haben wir denn noch? Schwacher Fluxus braucht man zum Beispiel zum Einschmelzen von Erz und so weiter und so fort. Und Kristallfiolen braucht man zum Brauen von Tränken und so weiter. Der Juwelier braucht ein Juwelierset. Oh, sie hat sogar Rezepte hier. Fledermausflügel kochen, yay! Das können wir auch nebenbei machen. Bring mir mal kochen bei, Junge. Ach nee, der kann nur Primärberufe oder was? Das wäre jetzt dürf. Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Haben wir denn noch einen, der uns auch kochen und so beibringen kann? Oder? Hm, sieht nicht so aus. Schade. Da müssen wir dann gleich mal suchen gehen, wo wir den finden. So, alles klar. Alles vorbereitet für die Berufe. Oh, hier ist der Hexenmeisterlehrer. Können wir inzwischen mit dir reden? Oder? Ach, wir sind gar kein Hexer. Wir sind ja Magier. Ups. Ich bin verwirrt. Schockenlehrer. Gemischtwaren. Lederrüstungshändler. Leider kein Magierlehrer gerade da. Aber ich vermute auch, dass wir erst ab Level 10 mit dem sprechen können. Gut. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir demnächst unser erstes Item finden, das verzaubert ist. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das alles zu erklären. Aber ich dachte mir, ich mach das mal lieber, bevor wir einfach irgendwas lernen. Korn und Futter. Hier ist doch der Kochlehrer. Hallo. So, ich möchte gerne alles lernen, damit ich es den Leuten zeigen kann. Wir sind jetzt Koch und wir können jetzt schon mal unser erstes Rezept lernen. Dann Gewürzbrot. Auch diesen Beruf könnten wir theoretisch später schneller und effizienter hochleveln. Ich möchte das jetzt mit euch einfach mal auf die herkömmliche Art machen, weil erstens, weil ich es lange nicht gemacht habe und zweitens, weil es einfach schön zu zeigen ist. So, jetzt haben wir schon kochen gelernt. Wir können eine Kochfeuerstelle herstellen. Können wir einfach hier so ein schönes Lagerfeuer hinbauen und dann können wir da dran kochen. Ziehen wir auch mal in die Leiste. Zack. Das heißt, wir müssen nicht immer zu einer Kochstelle laufen. So, was brauchen wir denn für das Gewürzbrot? Brot, Brocken-Eberfleisch. Guck mal, verkohltes Wolfsleisch können wir schon herstellen. Wir haben einmal seniges Wolfsleisch. Zack. Und schon hat sich unsere Kochkunstfertigkeit auf zwei erhöht. Und das verkohlte Wolfsleisch gibt uns ein bisschen Leben wieder, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Wie gesagt, die Lebensregeneration ist inzwischen im Spiel einfach so hoch, dass das kaum noch was bringt. Kochen ist später interessant für Buff-Food. Dann im Raid oder wenn man eben auch im PvP vorher schön sich Buff-Food reinzieht, dann kann man eben seine Werte ein bisschen erhöhen und ist dann stärker. So, das hier ist der Gastwirt von Brill. Wir sind jetzt ja in der ersten, etwas größeren Stadt und da macht es Sinn, mal den Ruhestein hier hinzusetzen. Und zwar machen wir das über, ich möchte dieses Gasthaus zu meinem Heimatort machen. Jawohl, wir möchten das tun und jetzt sind wir hier zu Hause und sobald wir unseren Ruhestein benutzen, sind wir wieder hier in Brill bei der Gastwirtin. So, bei der können wir uns auch mit Essen und Trinken eindecken. Das ist aber wie gesagt nicht nötig. Ich könnte das jetzt natürlich so tun, als wäre es nötig, aber das finde ich ein bisschen albern. Vielmehr werden wir uns bei ihr noch ein bisschen was verkaufen. So. Und zwar alles, was wir jetzt so haben. Ich meine, den Heiltrank können wir ja mal aufheben zur Not. Denn ich darf nicht vergessen, dass wir trotzdem noch keine Erbstücke tragen und das heißt, wir sind durchaus sterblich. So, was haben wir denn hier noch? Oh, hier. Hier könnt ihr dann später euer Reittier kaufen. Das volksspezifische Knochenpferd, das Skelettpferd, finde ich ein sehr, sehr schönes, cooles Reittier. Vor allen Dingen die größere Version hier, die schnelle Version. Früher war es halt so, wenn man hierhin ging und ein Reittier kaufen wollte, gab es zwei verschiedene Varianten. Einmal das Reittier, das die Reitgeschwindigkeit um 60 Prozent erhöht hat und einmal das Reittier, das sie um 100 Prozent erhöht hat. Und naja, das waren dann eben, das war die geupgradete Version, die schnelle Version und das war die lahme Version. Und der Preis war sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also, die normale Version konnte man sich meistens leisten. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viel das damals gekostet hat. Und die schnelle Version hat damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, 1000 Gold gekostet. Und das war eine ganze, ganze, ganze Menge Geld damals. Ist aber heute kein Thema mehr. Also, 10 Gold kann ja nun jeder erübrigen. Das werden wir wahrscheinlich schon mit Level 15 haben. Ähm, ja, soviel zu den Reittieren. Dann haben wir hier zum Beispiel den Waffenschmied. Den brauchen wir allerdings nicht behelligen. Ähm, ja, und mit Level 20 werden wir dann hier unser Reiten lernen können. So werden wir denn das Gold haben, aber ich denke schon. So, was haben wir denn hier noch? Den Priesterlehrer. Und eine wunderschöne Statue von Sylvanas. So sieht nämlich unsere Banshee Queen aus. Von der jetzt schon so viel gesprochen wurde. Sie ist, wie gesagt, eine gefallene Hochelfe, die wiederauferstanden ist, beziehungsweise wiederbelebt wurde von Arthas. Und deswegen heißt sie Banshee Queen. So, ähm, war vorher eine Waldläuferin, eine Bogenschützin. Ziemlich aktiv im Militär auch. So, äh, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Wir haben jetzt kochen gelernt. Ich hätte eigentlich auch gerne noch erste Hilfe gelernt. Und, äh, was war denn das andere nochmal? Angeln. Angeln ist super. Angeln ist großartig. Das werden wir den ganzen Tag machen. Nein, auf gar keinen Fall. Kampfhaustiere. Genau, Kampfhaustiere gibt's ja auch noch. Ach, du Schande. Können wir das hier eigentlich schon machen? Ich gucke gerade. Kakerlake von Unterstadt. Na, herzlichen Glückwunsch. Nee, ähm, Haustiertraining ist, äh, auch ganz lustig. Das ist sowas wie Pokémon in, in WoW. Da kann man so kleine Pets gegeneinander kämpfen lassen. Aber das zeige ich euch später mal. So. Ja, dann, äh, war's das erstmal. Ich seh nämlich hier gerade keinen anderen Berufslehrer. Berufslehrer. Schade. Ich hätte nämlich gern noch erste Hilfe gelernt. Bestimmt sehe ich das nur nicht. Wir können übrigens hier auf der Karte, falls wir irgendwas suchen, äh, das einblenden. Lehrer für einen Beruf. So, dann sehen wir nämlich auf einen Blick alle Lehrer, die sich hier so rumtreiben. Hier um die Ecke ist halt noch der Reitlehrer. Deswegen wird der so angezeigt. Die Minimap. Die Minimap können wir noch ein bisschen größer machen, wenn's hilft. Und hier ist angeblich auch noch ein Berufslehrer. Vielleicht hab ich die doch nur übersehen. Hier vielleicht. Guck doch mal. Du bist Pilzbauer. Nee, danke. Da. Lehrerin für erste Hilfe. Dich hab ich gesucht. Zack. Haben wir noch erste Hilfe mitgenommen. Und dann nehmen wir auch noch... Nee, Kräuterkunde haben wir schon gelernt. Bei der können wir dann nämlich auch, ähm, das ist nämlich so eine Expertin, bei der können wir dann auch die höheren Stufen lernen. Sobald wir nämlich 75 Skillpoints haben, müssen wir ganz dringend zum Lehrer, weil sonst geht's nicht weiter mit dem Lernen. Sucht nicht den Tod. Und sonst können wir nämlich die tollen Kräuter gar nicht mehr farmen. So, äh, jetzt haben wir eigentlich alles soweit. Jetzt haben wir noch hier den tollen Erste Hilfe Beruf. Den ziehen wir auch mal hier noch rein. Da können wir schon neun Leinenverbände herstellen. Wir haben nämlich Leinenstoff gefunden. Den hab ich aufgehoben. Den hab ich extra nicht verkauft. Und mit Leinenstoff können wir Leinenverbände herstellen. Und Leinenverbände heilen uns. Allerdings nur außerhalb des Kampfes, glaub ich. Deswegen stellen wir die jetzt einfach mal her. Und die sind ganz praktisch, wenn man ein bisschen Leben verloren hat. Wobei ich gar nicht weiß, ob das nur außerhalb des Kampfes geht. Bin mir grad nicht sicher. So, wir haben neun Verbände hergestellt. Erste Hilfe hat sich auf zehn erhöht. Yay. Das sieht doch schon mal gut aus. So, und das war's auch schon mit dieser Folge. Leider waren wir heute nur in der Stadt unterwegs. Ein bisschen shoppen. Aber ich hoffe, es war euch trotzdem genehm. Jetzt muss ich noch mal gucken. Müssen wir denn mit der guten Frau hier noch... Was müssen wir denn mit der noch machen? Ich glaube, da können wir nach Unterstadt fliegen, oder? Hallo. Boah. Er scheint in offizieller Angelegenheit hier zu sein. Ah, eine Anforderungsliste für Vorräte. Die solltet ihr wohl nach Unterstadt bringen. Und zwar rasch. Denn Brill darf nicht unterversorgt sein. Oha. Mit der guten Dame... Mit der Hilfe der guten Dame könnte ich euch die Hauptstadt zeigen. Das wäre sehr, sehr cool, wie ich finde. Allerdings verschieben wir das noch ein bisschen. Wir machen das dann, sagen wir mal, nach noch ein, zwei Quests. Denn jetzt in der nächsten Folge würde ich gerne erstmal wieder ein bisschen... ein bisschen was Praktisches machen. Und dann zeige ich euch demnächst die schöne Haupt... Naja, nicht so schöne Hauptstadt der Untoten. Halten wir uns, die Quest hier ist noch warm. Beziehungsweise wir können sie ja schon mal annehmen. Eine meiner Fledermäuse kann euch nach Unterstadt bringen. Normalerweise kosten diese Flüge eine geringe Gebühr. Aber der Flug nach Unterstadt ist für einen tapferen Streiter wie euch kostenlos Untoter. Sprecht mich wieder an, wenn ihr bereit seid, damit wir euren Transport arrangieren können. Ihr findet Gordon Wendheim im Handwerksviertel von Unterstadt. In diesem Viertel landet auch meine Fledermaus. Sucht nicht den Tor. Genau, wir müssen sie dann einfach... Ups, wir müssen sie dann einfach nochmal ansprechen. Und dann geht es auch schon nach Unterstadt. Aber wie gesagt, das machen wir dann, nachdem wir die paar Quests hier gemacht haben. Also, bis zur nächsten Folge.